Ja, du bist mir bestimmt eine große Hilfe. Ja, brauchst du ein bisschen Anschwung. Komm ich, da komm ich. Ich werde jetzt nicht mich... Ich hab's jetzt einmal geschmackt. Hallöchen, Anna! Uh, wussmann! Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Heute gehe ich wieder in der Schokoladeklappe und in einen kleinen Penumbra-Parcours. Hallöchen, Anna. Hallo? Ja. Hallo? So, äh, ich seh kein Parkour, und du? Ich seh so ein hässliches Lilla-Auto. Hässlich? Meine armen Gefühle, Anna. Ja, genau. Oh, da hinten kommt was über Meer. Ui! Über das Meer! Uh. Ja, die alte Pier-Auffahrt. Auf geht's zur Pier-Auffahrt! Oder? Pier? Nee, wir fahren am Pier weiter. Äh, Bremse, Bremse! Uuuh. Anna fällt auch zu weit. Die Ampel war kaputt, die musste man fällen. Achso. Anna, darum geht's. Okay. Weiß ich. Uh. Wuhu. Uh. Ha, ha, ha. Oh, come on. Ah, ja, komm. Gefällt mir. Latsch, latsch, latsch. Okay. Langsamer werden. Ach, darüber das Schildrohr. Oh. Volga Challenge! Nein! Uhuhuhuhuhu. Göttlich gerettet, Freunde, göttlich gerettet. Man nennt mich auch den besten GTA-Spieler der Welt. Muss ja keiner gesehen. wohin wolltest du jetzt ich wollte mir den boden angucken wir können dass du nicht als wolle nutzen oder doch ja aber nicht von der anfang an oder sport dieses stopp schild meinte ich okay das liegt doch gar nicht oder ich würde er sagen muss mit vollgas hier über den hügel rüberfahren und drüber sprengen ja das war's okay und hier oben muss man den wallride fahren in der kurve das geht auch gar nicht und am ende muss nur noch mal ein bisschen speed mitnehmen sonst kriegst du nicht den punkt freunde war der glücklich wo ist denn die anna anna brauchst du motivation schüsse du musst vom vollgas und du musst vollgas vom sporn aus losfahren ich mach und jetzt auto nach hinten ziehen ja wunderbar perfekt du musst nur auf der straße an dann erst hinten runterfahren gerade fahren in gta freunde schade anna und schieß macht auch nicht besser weißt du das eigentlich das soll glück bringen so jetzt noch eine wallride schaffen anna und mit vollgas weiterfahren sonst schaffst du nicht oder zu hoch ne 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 alles in griff ja steigt er wieder ein geh doch mal so naja böses mädchen du bist ein böses mädchen hat man jetzt schon mal gesagt nein 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 das hast du klar ich bin aber ich hab's ja nein ich hab Karma bekommen Anna ist Karma hab ich mal gehört ich geb dir selber ich bin selbst dein größtes Hindernis du musst einfach mit Gefühl fahren ich wollte es halt schnell machen weil ich schon wieder Angst hatte dass du davon hin hallo ich bin immer lieb ich troll nur einmal und dann bin ich immer lieb ja ja ich würde niemals jemanden bei am morgen ausmessern rücken jagen nee das nicht das ist ja mir auch klar alle ob so da ist der nächste punkt mein gott ich glaubte ja sprich wo es mit kopf sprechen hier ist gott gott der dumme nee der gott skills skills was ist das von gott ja ich bin der gott der skills ich schaff's die zweite kurve nicht rum warte mal kurz du musst mal ganz kurz unauffällig warten dass ich da bin ich komm zurück ich helfe dir mal ja du bist mir bestimmt eine große Hilfe ja brauchst du ein bisschen Anschwung komm ich komm ich werde jetzt nicht mich ich hab's jetzt einmal geschmackt hallöschchen Anna uh wo ist wohnen knappe kiste hey eigentlich kann man weiterfahren warum einfach nur so aber du wirst mir nicht gekommen ich werde dich kriegen Mädchen veggies da 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 aôh hängengeblieben bremse bremse ha 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 SHOW dieimy hat's geschafft und ich bin voll solm schau ich will zuviel gas geben um mich einzustehen und dann nja leider nicht ich helfe richtig ha da die Sache war. Ah, Freunde. Wow. Ich hoffe, dass das war der hier, Freunde. Scheiße! Oh, Fickenhaft! Ich wollte gerade wieder extrem schnell machen. Und dann mache ich genau mal den gleichen Fehler. Das ist smart. Das war so gewollt, Freunde. Ich hoffe, das glaubt ihr mir, Freunde, dass das so gewollt war. Fahr mal rückwärts. Fahr mal rückwärts? Mach es in Anime-Fan. Ah, cool. Ich komme gleich an dir knabbern. Boah, wie ich dieses Bauteil hasse. Ich hasse, hasse, hasse es. Oh, also ein sehr dünnes Element, würde ich mal behaupten. Ich weiß ja, du magst dünne Sachen. Ah, jo. Da ist der nächste Punkt. Das hier, es ist so. Oh, dieses Element. Oh, okay. Nein, 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 nein. Genau das. Das kommt danach nochmal. Das heißt, Freunde, passen Sie auf, fahren Sie langsam. Korrekt. Dann schaffen Sie es auch. First Ride. Oder Sie machen es Vollgas und hoffen auf das Rest im Auto. Ja, beim ersten Mal hat es das nicht geklappt, beim zweiten Mal auch noch, beim dritten Mal dann nicht mehr. Also, es kommen ja mehrere hintereinander. Den ersten habe ich mit meinem guten Skill abgefangen. Wieso lachst du gerade? Hm? Wieso lachst du gerade? Ach. Muss ich jetzt Heller Endos vorbeischicken? Ja, nein. Was denn jetzt? Ja, nein. Nein. Nein? Nein. Ah, nein. Alle. Ob, wo ist sie denn? Wie ist sie denn? Uh. Ganz. Mit ganz viel können. Au, meine Augen, meine Augen, meine Augen, meine Augen. Au, 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 au. Ah. Aua. Weg hier. Wuh. Oh, Junge. Der Mond ist aber... Ah. Warum macht man so was? Das wird ja immer enger hier. Scheiße. Hm. Uh. Ich wollte Vollgas geben und dann war es auf einmal enger und enger und enger. Oh, Junge. Richtig jung, freut mich wegen des Wortes. Oh, bi, 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 bi. Da unten habe ich andere gehört oder gesehen. Oder beides. Gehört ungesehen. Meinst du? Ich wollte schnell machen. Oh, yeah. Mit Stopp-Shirt. Oh, yeah. Ah, Anna. Ah. Irgendwie. Du wirst dich doch. Ich werde es erst dir. Da gilt das Rest des Stärkeren halt. Ja, der Klügere gibt es halt meistens nach. Und der Bösere legt Annäherungsvienen, oder? Kommt das für ihn jetzt nicht. Was? Was war es denn? Was war es denn da? Ja, und diese Raketen, das weißt du auch ganz genau. Da habe ich dich auch zu sehen getroffen, aber das tut mir aber leid. Ja, das denke ich mir doch. Ich hoffe, du glaubst mir natürlich. Ja, jetzt schaffe ich den Teil wieder zehnmal nicht. Ich wollte dich nicht ärgern, Anna. Guck mal, um meine Ehre zu zeigen, fahr ich mal zurück. Guck mal, so nett bin ich zu dir. Okay, dann halt nicht. Ja, ich schaffte es, die Stelle dann nicht. Du musst Gefühl machen. Ich hatte es doch schon. So, guck mal hier, dein Zensee ist hier und beobachtet dich. Dann schaffst du es auch. Komm jetzt. Das ist jetzt, weil du mich treuen wolltest. Ich habe deine Hand gesehen. Nein, Anna. Aus, Anna. Tschüss, Anna. Uh. Und es hat Puff gemacht. Ich weiß, es ist so ganz großartig, wenn ich weiß, wie man die wirft und zündet. War es Huffman? Ja. Genau, wie man hier so ein bisschen schießt. Das sieht knapp aus, Anna. Das sieht sehr knapp aus. Halle-Op. Was sagen die Punkte? Oh, ja, wir sind ja schon am Ziel, meine Herren. Oh, Anna. Dann bin ich mal ein bisschen weg, dann hast du keinen Druck. Ich nehme dir ein bisschen Druck ab, Anna. Bin ich nicht nett zu dir? Ja, dein Druck bleibt. Oh. Nein, ich mache mir keinen Druck. Du hast Druck. Du hast Druck. Oh, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ah, wieso musstest du mich da weg sprengen? Ich kenne nichts dafür, dass an die Raketen hier hochgegangen sind. Ich bin nur so genau ausgewischen. Das ist voll. In meiner Großzügigkeit bin ich hier ausgewischen, weißt du? Ja, ich bin in die Reihen gefahren, wirklich. Ich schau wieder an. Ja, da ist eine scheiß Kante in der Unsichtbarer, da kann man nicht drüber fahren, natürlich nicht. Einfach schön über die Kante rüberfahren. Direkt kein Bock mehr. Das war ein schöner Einsteiger-Parcours. Ja, aber die Stelle reicht dann auch einmal. Muss man jetzt nicht fünfmal machen. Du musst ja hin und zurück fahren, das ist das Problem. Aber zurück fand ich komischerweise einfacher als hin. Mal vorrückwärts wenigstens einen Punkt drin, das ist der Vorteil. Uh, yeah. Na, ich bin manchmal so dämlich. Nein, ich möchte jetzt keinen bösen Kommentar hören. Danke. Da, 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 da. Uh, komm. Alle hier, hopp. Hier müssen wir mit Gefühl langfahren jetzt. Wir müssen jetzt einfach passen Sie auf. Fahren Sie langsam. Ich hasse konzentrationszelle, Freunde. Oh, Anna im Vollkonzentrationsmodus. Oh, Anna. Was war das, böses Mädchen? Was getestet. Ach so. Ich dachte schon, du willst mir an dieses Leder dran. Nö. Ich weiß, sehr altes Leder ist nicht so meins. Und eine alte Ente? Nein. Auch nicht? Das reicht nicht. Ach du Scheiß, wie eng ist das denn hier? Au. Kannst du eigentlich gut gerade ausfahren im Spiel? Nein. Gut. Und ich verkack hier schon wieder. Das ist doch nicht dein Ernst. Komm hoch. Komm irgendwie hoch. Komm hoch. Rette dich irgendwie. Komm gleich. Ich kann nicht mal anstürzen. Nein. Ich hab verkackt. Die Kante war böse. Ah. Ah. Das hat. Ihr habt nicht das geringste gesehen, Freunde. Ihr habt nicht das geringste gesehen. Freu dich. Die Stelle wird gleich ekeler, von dem der Korrhofs gerade zu fahren. Oh. Anna auch mit Problemen, Freunde. Anna hat es? Das ist so schwer. Ja, wenn man Druck hat. Oh. Bräuchte einmal kurz einen Stups von dir, bitte. Ah, du willst einen Popo-Klatscher von mir? Ich hänge gerade so ein bisschen auf dem Trockenen. Oh ja, ich probiere es hinzukommen. Ich bin noch keiner so weit gekommen wie du. Oh. Die Dinger sehen ja böse aus. Ich hoffe, ich kann dir helfen, ohne dass wir runterfallen. Nur leicht stupsen dann. Danke. Ja, ich probiere es. Da kommen noch Dreier von... Nee. Insgesamt fünf. So, ganz langsam, Freunde. Danke. Ich muss ein bisschen mehr Speed nehmen, damit ich nicht so wie Anna hängen bleibe. Woo. Alter, was sind das denn für ekelhafte Dinger? Nein. Nicht jetzt... Nein. Oh nein, nicht beim Letzvergang, Anna. Das ist doch doof. Oh. Wenn du gerade bist, dann gebe ich dir einen kleinen Popo-Klatscher. Ja, wieder. Sobald ich bei dir bin. Nein, Anna. Bleiben Sie ruhig. Ähm. Das Problem, das ist oben drauf, da werden wir nicht hochkommen, Anna. Ich wollte eigentlich auch ein Auto fahren. Das wirst du auch nicht schaffen, weil das ist ein umgedrehter Lupi. Scheiße. Scheiße, Mann. Das war aber böse. Wir haben beide vor den Punkt verkackt, Freunde. Anna, was haben wir getan? Nichts Gutes. Wow, 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 wow. Nicht so gut, aber ob ich auch schlagen, danke, Auto. Uh. Komm, jetzt volle Konzentration, Anna. Jetzt gemeinsam, Hand in Hand. Wow, nicht so weit auszufahren. Nicht so weit auszufahren. Hey, Junge, das ist Wahnsinn. Vor mir ist er ein, zwei Hügel weniger reinmachen können. Aber jetzt hätte er einen Punkt dazwischen machen können. Ja, das ist nicht breit genug. Da kann er keinen Punkt dazwischen, das ist das Problem. Oh, hier auf der Tube hat er eine Plattform machen können mit Punkt. Nummer eins. Nein. Nummer zwei. Das Problem ist, ich muss genau das richtige Gasgefühl finden. Nummer drei. Nummer vier. Nummer vier. Komm, jetzt der letzte noch. Der letzte, Freunde. Und auf fünf. Ja, ich habe den Punkt. Was passiert, wenn ich die Raketen reinmachen, Anna? Nein, 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 nein. Nein, das würde ich nicht tun. Bei dem Punkt wäre das böse. Muss man ehrlich zugeben. Ah. Die explodiert nicht, die Rakete. Was sagt ihr für den Kack? Das wäre vor mir der Runde, Gämmis. Wie böse. Ah. Okay, ein bisschen Kreisfahren. Nein. Kennt ihr das, wenn man zu gierig wird, Freunde? Kennt ihr das, wenn man zu gierig wird? Ich sehe, Schokolade von mir möchte reinbeißen. Nein, Anna, du bist so gemein. Du bist so ein Endres. Ich laufe vorher. Du bist so ein Endres. Das war keine Haft-Ernährungs-Mine. Das wollte ich nur sagen. Ja, das hätte man auch gehört. Dann hätt's gepiept. Nein. Wie bei dir. Bei dir piepst du halt immer. Ich habe halt einen Vogel im Kopf. Was macht so? Weißt du, was der Vogel macht? Piep, 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 piep. Ah. Nee, das macht er nicht. Doch. Alte Trockenfügel machen das nicht. Wieso denke ich, da kommt was an die Ente? Weiß ich nicht. Der macht doch auch A, oder nicht? Ich hoffe immer da drüber, Anna. Entschuldigung, ich merke es mir. Und vor allen Dingen, ich bin draufgeblieben. Das ist das Geile. Also war meine Aktion nicht böse. Die war total lieb. Ich habe keinen Karma bekommen. War sehr lehrreich auf alle Fälle. Gab es hier? Was habe ich hier nochmal verkackt? Ach so, ich war zu langsam. Dann hast du das Toll-Speed. Uh, perfekter Speed sogar gefunden. Oh nein. Warum baut man Wasserelemente ein, Freunde? Boah, Junge. Puh. Nur ein bisschen Wasser. Okay, jetzt. Muss ich Vollgas fahren? Uh, ja. Oh, ja. Wuhu. Am Ende musst du Langkamer fahren, Anna. Sonst kriegst du zu weit. Sie glaubt mir nicht. Sie verfolgt das weiter. Anna, warum glaubst du mir nicht? Erfahrungswerte. Wow. Uh. Und wir fliegen beide ins Ziel. Halleluja. Freunde. Das war geil, oder? Das war in Ordnung. Mal schön reinzukommen, Freunde. Und ihr könnt ein Hashtag Böse Anna in die Kommentare schreiben. Für ihre böse Haftmine, die mich hochgejagt hat. Ich war immer so lieb zu ihr. Oder? Sie sagt nichts mehr. Okay. Äh, was? Ich war immer lieb zu dir. Du warst immer böse zu mir, habe ich gesagt. Ja. Ja. So, Freunde, dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ja, wisst ihr, was ihr tun habt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und sage, bis zum nächsten Mal. Euer Anime-Fan. Ciao, ciao. Ciao, ciao.